Guten Tag, guten Tag, willkommen zu einem neuen Trash-Video, actually. Und zwar trete ich heute zwei YouTuber, damit sie in einem 10.000 Euro zu dir gewinnen. Und ja, falls ihr mal neu auf diesen Kanal habt, dann könnt ihr ja gerne ein Abo da lassen, weil ich will die 30k und ja, mehr will ich eigentlich nicht. Was für 30k? 50k, meine ich. Und ja, schaut das Video bis zum Ende, weil das Video sonst wieder top 10 ist und ich dann traurig schlafen gehe und ja. Aber wenn das Video diesmal nicht so ganz so geil ist, könnte ich trotzdem gerne. Viel Spaß im Video. Guten Tag, guten Tag. Let's Hogo! Was ist das denn? Alles gut, du bist. Wir sind ready for training. Also du willst jetzt wissen, wie man 1.16 spielt, oder was? Ich komme direkt mal auf letzogo.de, dem Server meines Vertrauens, wenn es um PvP-Training geht. Alles gut, du bist. Oh, ich möchte wissen, wie man in 1.16 PvP am besten spielen kann. Okay, wollen wir zuerst einen Test 101 machen? Ja, das wäre super. Falsch. Sieben. Falsch. Wie lange dann? Zähl selber. Sieben! Äh, nein, warte, mach du mal. 1 Pfadfinder, 2 Pfadfinder, 3 Pfadfinder, 4 Pfadfinder, 5... Nee, fick dich. Hä? Ja, was willst du von mir? Aber bei Leiden ist so shit, ich check nicht mal, wann du blockst mit diesem Dreckschild. Komm, du, ey, weißt es nicht so, bitte, Kaufmann-Kipp, danke, 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 danke. Warum hat man das? Das ist komplett unfair. Hä, nein. Guck dir das mal an. Ich block ja gar nicht. Was ist das denn? Das Rotze. Ja, aber shit. Hier, shit weg. So. Ich esse gerne ein paar Krebs. Okay, aber willst du jetzt erstmal ohne Training gegen einen anderen Random spielen? Und gegen den anderen Random spielst du dann später nochmal, wenn du von mir trainiert hast? Ja. Okay, dann Kauf den Zerber drauf. Du, du, du bist eh schon... Hallo! Doch, schädig dich jetzt. Ohrensohn. Was bin ich? Na, das ist nicht rein. Auch da schon nicht rein. Okay. Are you ready? Nee. Was? Sein Skin ist unfair. Nein, 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 stopp. Das kannst du auch heute Abend sehen. Das ist, das ist gut. Du musst wissen, wie der Gegner sich guckt. Du siehst ja an seinem Hut, dass er gerade ausschaut. Ich sehe an seinem Helm, dass er gerade ausschaut. Ja, aber auch an seinem Hut. Nee. Und jetzt, go. Axt! Axt! Ich hab doch schon geaxtet. Nein, aber trotzdem... Nein, hast du nicht. Du hast nicht... Du hast schnell abblockt. Du hast nicht geblockt. Axt. Blocken, Axt. Blocken, Axt. Blocken, Axt. Außer er abblockt. Du gehst weg und dann wieder. Ah, wir müssen noch viel trainieren. Wir müssen echt noch viel trainieren. Was? Axt! 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 Hallo, du schreist mir so runter. Nimm doch deine Axt! Wie viele Herzen hat er noch? Das möchte ich wissen. Der ist 10 zu 100%. Ich hab ihn wirklich gehittet eigentlich, ne? Nein, du denkst, aber du hast viel zu schnell gehittet. Nein, ich hab komplett normal Codown. Ich sag siebeneinhalb. Zwei! Ja, der labert, der labert. Dann musst du mir jetzt erklären, wann ich meine... Weil die braucht doch ein Jahr, um aufzuladen. Nein, nein, nein. Du hast schon gut gehittet, aber manchmal zu schnell. Musstakt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, ich hitte nicht zu schnell. Ich bin noch nicht dumm. Wann die Axt willst du von mir wissen? Ja. Pass auf, komm mit mir mit. Und zwar hab ich für dich was vorbereitet. Die ganze Bug hast du für mich gebaut? Oha! Nein, nein, nein. Ich hab... Google gibt sich Mühe. True. Und zwar hab ich ein paar Puppen aufgestellt. Hier. Und das sieht jetzt mal die Tür auf. Nein, nee. Und zwar hab ich hier ein paar Puppen aufgestellt. So, weil erstmal üben wir jetzt Bo. Versuch mal, bei jedem von diesen Dingern auf das Rote zu treiben. Auf den roten Punkt. Sehr geschlossen. Ich hab nichts gemacht. Oh! Sehr gut. Das war nicht so gut. Das war wieder gut. Und jetzt noch einmal. Komm. Gut. Sehr gut. Haben du ja gut. Okay, okay. Gut, gut, gut. Okay, passt auf. Den Boom, den Boom kannst du. Weißt du, was du aber nicht kannst? Den hier. Und jetzt trainier mal damit. Na, das war nicht so. Guck, ich als Lehrer weißt du, wo du nicht gut bist. Warte, jemand hat bei mir geklingelt. Ich soll nur wissen, wie man mit Axt hittet. Ich soll easy cross-pushen. Oh, Mann. Will einfach wieder Sprachnachrichten aufnehmen, oder? So, das war einfacher. Willst du jetzt richtig wissen, wie ein 16 geht? Ja. Der fühlt mich echt geil gerade, wenn ich Lehrer bin. Muss mir aber dann auch zuhören, ne? Dann darfst du mich nicht anschreien. Ich kann nicht rennen. Wir sind hier so irgendwo, ne? Du hast mich in eine Ecke gedrängt. Ich bin hier in einer ganz bremstigen Situation. Du schlägst auf mich ein mit deinem Schwert dauerhaft. Wie oder wann soll ich da auf eine Axt switchen? Ich muss doch zwei Sekunden lang einfach nur mich hitten lassen, damit ich dann einen Axt-Hip machen kann, oder wie. Na, na, guck mal. Wenn du jetzt von mir so ausgecritet wirst, da bist du ja normalerweise gerade am gappen. Ich habe aber nicht gegappt. Ich habe zurückgehittet. Wenn du blockst, kannst du auch noch E-Tips switchen, ne? Das weißt du. Hä? Block mal. Das wusste ich nicht. Ja, jetzt ist ja alles klar. Junge, jetzt docke ich dich. Nicht so? Ein Sechster ist eigentlich ohne die Axt. Bauen ist nicht. Bauen macht, ist Bauen, ist Fehler. Bauen, Fehler. Machen viele. Warum? Ich konnte nicht blocken. Wie, wie viel? Du hast ja fünf Milliarden Herzen. Du hast recht, du hast zwölf. Du hast gelogen, warum? Du hast zehn. Okay, nochmal. Jetzt will ich aber gegen jemand anderes unterschließen. Ich habe viel gelernt gerade schon. Ich habe viel gelernt. Ja, aber du hast noch etwas, hast du halt, also du, also. Cool, konzentrieren kurz dann reden. Wenn ich, also wenn dein Gegner an Block ist und du an Block, dann benutzt du dich Schwert. Oder du hittest mit der Axt die ganze Zeit, rennst weg, wartest bis der Axt wieder aufgelandet ist, turnst wieder, machst wieder Axt hin, wartest wieder ein bisschen aufgelandet ist, turnst wieder, Axt. Also normalerweise musst du eigentlich nur mit Axt spielen. Aber das Ding ist, ja, Digga, ich spiele halt auf Sky-Insel, eigentlich bringt das legit nix. Ja, obwohl, bei Sky-Insel musst du auch immer aufpassen, dass du dein Schild, äh, du musst immer auf dein Schild aufpassen bei, 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 bei Kors, ne? So, Kekse ist jetzt da. Ach, sch... Warum nassst du? Nee, alles ist gut. Also... Erst wenn's losgeht, Blöcke bauen. Du, 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 du. Hallo! Willst du bannen? Auf Axt! Axt! Was hab ich dir? Was hab ich dir? Hab... Habst... Aber haben wir gewonnen. Nee, aber es war scheiße von mir. Warum? Soll ich dir mal, soll ich dir mal zeigen, wie es wirklich läuft, wenn du richtig Gegner hast, so Kekse? Ja, diesmal aber richtig. Ich mag's diesmal, okay? Ja, okay. Drei, zwei, eins, go! Hast du gepre-gapped? Nein. Hä? Oh mein Gott, du bist im Game-Mode. Du fett, Alter, ich seh ich. Du Schwanz, Alter. Digga. Ja. Ja, nee. Wie viel Herzen? Du hattest ja wieder eine Billion. Okay, wenn du gewinnst, kriegst du 50 Tacken von mir. Okay. Okay, dann würde ich sagen... Drei. Oh scheiße, drei, zwei, eins, go! Axt, Axt, Mocek. Ja, gut. Und jetzt Schwert-Switchen. Gut, gut, gut! Axt, 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 Axt! Ich habe ihn! Jawoll! Das ist mein Schüler, das ist mein Schüler, das ist mein Schüler! Nein, ich bin dein Schüler, Hugo! Das erste Mal, du gehst mit Schwert rein. Oh Gott, Ui! Okay, hab ich gerade gemacht. Falls ihr auch noch keinen Sub auf meinem Twitch-Channel seid, dann geht da rein, folgen und rein, zum Jörn, Twitch.tv-Zuge-TV. Im Wasser, das hast du noch nicht trainiert, das weiß ich, aber im Wasser, Axt, wenn er am... Oh ja, das hast du... Das ist mein Schüler! Du, äh, er hat nicht vorhin gedockstellt, du docksthittest ihn jetzt. Okay, wir machen, wir machen einen Test. Wenn der Fight losgeht, was machst du als allererstes? Locken mit Axt in der Hand. Richtig. Haben wir jetzt alles verstanden? Mhm. Bist du ready für letzte Fight? Oder willst du noch letzte Fight gegen deinen Lehrer? Der kommt ja danach. 3, 2, 1, 1, 1, go! Oh, ich sag gar nichts mehr jetzt. Guts! Guts! Gut, gut! Hast du vor? Ich muss nachladen, mich verwirrst du. Oft schießt du, willst du machen mit Bogen. Das arme Schwein! Ja! Was ist der Crossbow noch? Ja! Oh, gooo! Oh! Oh! Mein Schüner! Juge, let's go! Eie, so intense. Jetzt musst du aber gegen mich fighten. 3, 2, 1, go! Bist du nicht entblockt? Nee. Warum warst du nicht entblockt? Was soll das? Weil du gejoked hast. Aber ich hab dir gesagt, wenn du jokst, spammen. Ich check's nicht. Das war knapp. Hey, Mann! Hugo, ich glaub, ich bin bereit. Ich find mich ready. Du bist harm, du lehrbereit. Ich schwöre sogar. Auf jeden Fall. Alles Gute! Alter! Dicker, ich brauch das Geld, Hugo. Mach mich krass, bitte. Aber du warst, du warst, du, 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 äh, warum hast du Big Chilling gemacht? Arbeiten, aber ich mach gleich Big Chilling, weil ich bin richtig müde. Okay, dann machen wir Quick, äh, Quick Training. Nee, bring mir die Basics bei und dann isst du. Warum bist du müde? Dicker, weil ich seit, keine Ahnung, 7 Uhr wach bin und dann bist du aufgestanden. Ich bin dicker, ich bin auch früher aufgestanden, 9.20 Uhr. Alter, 9.20 Uhr und dann wahrscheinlich 40 Minuten Big Chilling und dann ein bisschen gestreamt. Hä? Warum weißt du das? Nee, ich bin so ein Trash-Stacker, wirklich. Ich kann, du bist mit der Axt richtig gut. Ich weiß nicht, wie ich spielen soll. Das werde ich dir zeigen, ich gucke, ich gucke. Hä, wieso habe ich dich nicht gebraked? Du hast mich gebraked. Warum zu schießen? Warum? Dicker, ich kenne doch deine Streams, du bist doch ein Scott. Yo, Dicker, hä? Hast du dir PvP-Tutorial auf Fiverr gekauft oder wie? Nee, auf Premium. Dogshit, Dicker. Soll ich immer lieber mit Axt spielen anstatt zu spielen? Ja, ja, Axt, wichtig. Aber das Ding ist, du spielst Kors, ne? Und jetzt kommt der Geheimtipp. Lol. Okay. Jetzt schreib mir MSG. Hast du gecheckt? Hä? Wenn du... Ah! Warte. Ah! Dicker, ich verstehe den Satz nicht. Was soll das heißen? Ich habe doch Hochdeutsch geschrieben. Ach so, wenn ich... Ah! Hä? Äh, stimmt das überhaupt? Ja, ist doch klar. Ja, krass, Dicker. Zum Glück habe ich für den Tipp kein Geld bezahlt. Das war ja echt ganz doll. Lass mal lieber fighten, ich muss so besser werden. Ja, okay, das ist gut. Wenn du so machst, dann ist es okay. Dann lass ich das auch machen. Scheiße, Dicker. Dein Movement ist aber zu krank. Wieso will ich denn nicht immer mit Axt spielen? Das ist doch viel geiler. Ja. Nee, geh mit Axt drauf. Nur auf Axt. Okay, ich habe nur Axt. Ich habe nur Axt. Ja, geh drauf. Merkst du selber, oder? Was merk ich denn? Ja, ich sterb nicht. Aber geh mal mit Schwert drauf. Jetzt bin ich gespannt, Pam, Julia. Geh mit Schwert drauf. Ich bin viel schneller dead jetzt. Jungs, merkt ihr Unterschied? Ja, die im Streamland gucken wir auf meine Herzen, Jungs. Guck, jetzt habe ich keinen Gäste. Ja, warte, ich muss kurz im Stream gucken. Ja, okay, warte. Ja, aber, ja, natürlich. Wenn ich den pressern kann, dann würde ich mit Schwert gehen, oder? Aber nur zum pressern. Aber sonst Axt. Ja. Ich muss am besten gegen diesen. Dicker, was machst du bei vier Herzen? Gap, Junge. Darkshid-Player. Na, ich schütte, ich bin gerade der Doktor gerade. Ich weiß auch nicht, was er gerade ist. Fehler. Du machst Fehler. Fehler? Digga, du bummst mich, du bummst mich. Ja, weil du Fehler machst. Du da, du, mach doch, mach doch wie vorhin, du Idiot. Was habe ich denn? Du bist, du bist, du bist, du bist, du bist gerade mit der Axt genauso draufgegangen, als wäre, als ich mir beschwert. Kurz, darf ich kurz Pipi machen gehen? Ja, kannst du machen. Ich rede mit den Cancer Boys. Okay, okay. Was, wer, denkst du, ist heute der Beste in PvP? Fabo, oder? Ähm, ähm, pff, ja, ja. Mann, aber Hugo, das Geile wäre ja, wenn wir schon mit Effizienz und Kreativität gewonnen haben, so zwei, und dann PvP vielleicht verlieren, und dann gewinnen wir trotzdem noch 2,1, und dann habe ich 2,5k Schiensticker. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat, dann, äh, schaut bei den anderen vorbei, und ja, ich bin geil.